Mein Name ist Karin Schlindner, ich bin Gründerin von Easy Neno. All meine Klientinnen haben den tiefen inneren Wunsch, Frieden zu finden mit sich selbst, sich selbst besser zu spüren und ihren Körper zu verstehen. Sie suchen nach einem Weg, wie sie als Frau mit 40 plus sich optimal auf die zweite Lebenshälfte vorbereiten können. Wenn sie hier bei dir der Wunsch regt, das will ich auch, dann bist du bei mir hundertprozentig richtig.